Er war nicht so bereit, mich zu töten zu töten. Und wenn ich auf ihn wieder geöffnet habe, hat er wieder zurückgekehrt. Schaut auf einen besseren Angeln auf dich. Nun, ich kann nicht Frank für seine Revenger. Ich war da für die gleiche Grunde selbst. An diesem Punkt glaube ich, dass du denkst, dass Silas Greaves ein schlechter Mörder als Jim Reed früher war. Nein, Herr. Ein Mann, der die halbe Stunde seine Leben töten von jemandem Bruder, Vater oder Sohn. Ich dachte, du warst nur für Justiz, Herr. Ist das, was ich zu schauen, Dwight? Ist das, was es war? Justiz? Ist das nicht, warum du den James-Gang hattest? Loll, ok. Ich habe keine Ahnung, warum ich das schon bin. Ich bin ein Pitz, das könnte es gehen können. Glücklich, ich hatte ein Dynamite in meinem Position. Dynamite? Auf deinem Person? Ein paar Sticks, in der Fall. Es ist immer gut, dass sich vorbereitet. Ok. Ich bin nur auf den Fakten, wie ich sie erinnere mich, Jack. Und diesen Mann! Komm her! Loll, ok. Ich muss zugeben, das Spiel wird mit der Zeit etwas schwerer oder ich werde einfach nur schlechter. Ja. Treff. Ok. Was? Was wird denn? Fakt, Mann, wo ist der? Also, oder, oder wie kann ich was machen? Ich meine, nachdem, dass du damit weg ist, ist es ja weg, oder? Ne, man muss ja noch irgendwas finden können. Ach, hier ist das nicht. Teil von hier. Nein. Okay. Aaaaaah! Aaaaaah! Get out of here, face it! Hell's that coming! Aaaaaah! I've got a blogger. Nooooooooo! Und that old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri. Showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life! Kill me! Don't kill me! Do what you will! At this point, I just don't give a shit! I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have Adam! I never did like that bastard! I am done here! We parted in peace, as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Okay. Okay. Let's go! Oh, no. That's what I thought. Can I shoot? Man. We parted in need of servers. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in the nearby cave. First, I had to dispatch the lookout. Aber ich war bereit, nicht zu lassen, dass dieser Mörder wiederholfen, meine Revenge zu wiederholfen. Ich bin nicht sicher, ja! Aber lieber zu gehen, willy-nilly, habe ich gedacht, dass es besser wäre, diesen Schein zu schrauben. Hey, Reed! Ich habe gesagt. No wonder you're so ornery! Can't be easy being married to Bell Star while you're off providing for the family, she's spreading her legs for every time Dick and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me! Son of a bitch! Okay, stop. The last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Don't let him through! Don't let him through! Oh, there we are! So, one more! What? I'll kill you in the next week! Eventually, it was just me and Reed. That's Duel! I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. And repay him for what I did. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. It seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that. I did have one more chance at him. Okay, and... ...and... 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 ...I heard that Butch's Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So, you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. ...and... ...and... ...the next one. von meinen Bruder's Killers. Nicht sogar ein Armee von Dämonen könnte mich jetzt stoppen. 1910? Um den Ersten Weltkrieg. Hat er 1914 angefangen oder war 1914 irgendwas anderes? Da bin ich mir sicher. Aber der letzte ... Roscoe Bob Bryant. Das Sonnabich hat ...manage die Vengeance ...tie und wieder einmal. Ich konnte nicht mehr sicher sein, dass ich ihn nach all diese Jahren erinnern konnte. Bis jetzt hat er noch knapp zu 70. Aber für alle du wissen, er könnte sein, dasselbe ich mich. Wie haben die anderen. Zum Beispiel, hat meine Wendung für Wendung mich verändert in etwas schlimmer als der Mann, die ich nachher war? Nach diesem Punkt in meiner historischen Karriere, ich habe mehr Menschen geschaut, als Bob Bryant niemals hatte. Ich war so faszinierend bei diesem Mann, um mich zu machen, wie ich bin. Ein Mann mit keine Familie, keine Freunde. Nichts kann mich nicht mehr verletzen, dass er seine Leben ist. Ich habe mich nach diesem Verletziger für immer. Von der Zeit, wo ich mit Billy the Kid bin bin. Aber das Kapitel meiner Geschichte, du kennst dich schon. Kapitel der Faerie-Tale, du meinst? Suddenly, it was 1910. Here I was an old man, a Rome in a ghost town, dead almost two decades. The town was fallen apart, just like me. Dann nimm dich. Es passiert gleich was, er hat gespeichert. Seid doch. Nix kann. Aber ich war nicht so, dass ich es nicht verletzen kann. Ich bin ein ganzes Schmuck. Aber die Schmuck und meine Brüder schuld waren, mich zu Ende, was ich so lange gemacht habe. Herr Graves, bist du okay? Würde ich etwas Wasser? Die Wild Bunch wusste ich da. Sie waren nach einem Schmuck sie schlug, vor dem sie zu schlussen. Sie waren nach einem Schmuck sie haben, in der Schmuck ein schlusser Amigo.